Hallo Leute und willkommen zurück zu den Minecraft-Fakten. Äh, ja ihr seht das heute ganz mal am Freitag, aber ihr werdet nur Fakten von mir sehen. Denn, ja, ihr werdet nur Fakten von mir sehen. Ähm... Alter, kommt's... Denn ich bin im Urlaub und jetzt will ich mich noch einmal vorproduzieren und dann... Äh, ich will das hier gerade morgens aufnehmen. Bevor die Folge erscheint und dann kann ich ja nicht aufnehmen. Es ist einfach zu stressig dann, wenn ihr die Fakten jetzt zu gesehen habt und alles. Wenn ich 5 Fakten zusammen habe, das dauert auch schon mal eine halbe Woche bis... ...mitwoche oder so, wenn ich dann mal Fakten zusammen habe. Und dann kommen wir Donnerstags oder es sind Donnerstag kommen wir mal Fakten. Na, das schaffe ich ja nicht. Ich kriege ja nicht 5 Fakten nach einem Tag zusammen. Also, das geht ja nicht. Das habt ihr noch nie geschafft. Äh, deswegen mache ich die Episode 5 Fakten nur von mir. Äh, aber dann unter dieses Video könnt ihr dann wieder eure Kommentare schreiben. Das ist dann für nächste Woche mein Verlag. So. Äh, ja gut, dann fangen wir direkt schon mit an mit den Minecraft-Fakten. Okay, als erstes. Ähm, und zwar, das kennt ja schon einige. Äh, ich hab jetzt zurück nach dieser Arena hier. Und zwar, ähm... Man kann, also wenn man z.B. mit Heilung abwirft, dann kriegen die Schaden. Und dann war ich so einfach. Äh, wenn man ja Menschen, also normal Spieler mit Schaden abwirft, dann kriegen die ja Schaden. Aber z.B. mit Heilung, weil die Untote sind. Und zwar jetzt... Verstehen. Ist jetzt ein Heilung 1. Und dann kann man so töten mit, ähm... Äh, ja. Das ist... Kann man Zombies vielleicht auch mit, äh... Schaden, mit Zeilen. Trank des Schadens, ja. Und jetzt... Und hier auffüllen. Ja. Kann man nur noch wieder auffüllen. Wenn jetzt nämlich auch die Damage Etikettas Mod drin, dann wär das vielleicht noch eindeutiger. Ähm... Okay, das wär dann Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2. Müsstet ihr eigentlich schon alle schon kennen. Und zwar, wenn ich in einem Portal stehe. Wenn man e drücken möchte dann. Dann geht das nicht. Ich mach jetzt noch hier auf... wirklich. Auch hier, ähm... Wenn ich jetzt hier drin stehe. E drücke. Dass ich immer wieder zurück bin. Und trotzdem noch... Schasche hier ist immer noch nicht. Alles noch nicht. Und dann raus bin, dann könnt ihr e drücken. Gut, das wär Fakt Nummer 2. Fakt Nummer 3. Schon wieder im Nether. Und zwar... Ähm... Wenn man im Nether schlafen möchte, dann... Ich drücke das Bett. Und... Ich drücke das Bett. Und dann... Boom! Ähm... Boom! 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 Und... Boom! Also... Auf jeden Fall dann... Es wollen die Betten. Und... Er macht hier kurz mal ein End. Und im End ist das genauso. Und zwar... Mal so... Jetzt wird das auch. Und nicht mehr jetzt im Nether. Sondern es ist auch dann... Im End. Und das wär Fakt Nummer 3. Fakt Nummer 4 hat etwas mit einem Command zu tun. Und zwar da gehen wir die Command hier ein. Gif. Euren Spielernamen. Minecraft. Dirt. Dann... 64, 64. Und dann kriegen wir... Erde raus. Äh... Die aber... Gebakt ist. Wenn wir die setzen, ist das ganz normal Erde. Ähm... Aber wenn man jetzt F5 drückt, dann ist sie über... überdimensional groß. Und die verschwindet ja schon mit unserem ganzen Körper hier. Oder unser linker Arm ist noch... drin. Und wenn wir ein bisschen vom... Oberteil... Ähm... Oder so... Und von oben hier... Das ist sehr groß. Also... Das ist... Komisch. Man ist auch nicht zu finden im Inventar. Ähm... Tjo... Das wär dann Fakt Nummer 4. Wir gucken uns eben hier schnell durch. Wir sehen schon mal Fakt Nummer 5. Von mir den letzten Fakten. Wir sehen mal 4 Minuten... 40. Okay. Der fünfte Fakt ist... Äh... Den vielleicht schon alle kennen. Und zwar... Die Dreifachkiste. Allerdings drücken wir... Drücken. Lass ich mir hier zwei Kisten. So eine Kiste. Und dann geben wir diesen Befehl hier ein. Set. Block. Und dann... Diese runden Klammern. Und dann... Minecraft. Und dann... Chest. Oh, nicht cheat hier. Dann Chest. Und dann... Wir hier die... Ähm... Eine Kiste. Und dann hätten wir hier... Eine Dreifachkiste. Und das kennen wir schon alle. Bei den Gründer... Was heißt hier? Dann können wir das überall platzieren hier. Ähm... So... Ja... Dann kommen wir jetzt nochmal... Ähm... Was wir machen... Nehmen wir da... Arcade Simpler... Druck Retter... Was mache ich jetzt aber nicht? Ich werde da was demonstrieren. Ausregelt. Das ist selten. Aber zum Beispiel... Dann haben wir da... Wolle hier... Eine grüne Wolle... So... Hätten wir das gefüllt. Und wenn wir zum Beispiel jetzt... Hier... Dann können wir hier noch was reinlegen. So... Das ist doch mal echt witzig. Ähm... Das ist... Etwas verpackt. Ähm... Gut... Das wär's auch schon gewesen von den Minecraft Fakten. Ähm... Fakt hier in den Kommentaren, die man alles über Minecraft wisst. Und dann seid ihr vielleicht mal ein bisschen hier mit drin. Dann... Ciao Leute! Tschüss!